Die Uhr tickt, die Tage rinnen dahin. Schon bald ist wieder O-Zaft auf dem größten Fest der Welt. Wiesen Workout Neun Menschen, Männer und Frauen, sie haben nur ein Ziel, in Form kommen fürs Münchner Oktoberfest. Wiesen Workout Von Felix Weber und Philipp Zeiser Wiesen Workout In den Fußstapfen von Turnvater Jan und Max Krieger Stärker als Sidney Rome und Jane Fonda zusammen. Zum Nachturnen Wiesen Workout Bald auf Digital Versatile Disc